Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Infovideo, dem Monat April und gleichzeitig noch Mai. Wegen nicht so vielen Themen, da ich mir im Marsch einmal Infovideo für zwei Monate. Denn zum einen haben wir Monsanta Wise, was heute startet. Ja, es ist hier soweit, Monsanta auf meinem Kanal. Ähm, genau. Dann steht im Mai, also wie gesagt, nicht so viel in einem Monat Themen. Im Mai steht an, Senusaga Hayblade 2, ihr werdet einen Tag nach Release spielen, heißt am 22.05. Und beendet wird, naja, Gardens of the Galaxy ist ja beendet. Suicide Squad hat beendet auch diesen Monat und zwar am 12.04. Das ändert sich immer Tag für Tag, aber müsste eigentlich 12.04. sein. Im Mai kann ich mir nicht versprechen, aber am 31.05. soll Banishers Ghost of New Eden beendet sein. Also, als quasi am letzten Tag. Dann soll es ja noch ein paar Events kommen, Gaming Events. Und zwar zum einen soll auch der Trailer von GTA 6 kommen. Weißen wir noch nicht, also ich weiß es jetzt nicht. Aber ich habe so eine Lika-Quelle gesehen, wo es am 19.04. zu einem zweiten Trailer kommt. Ob es jetzt stimmt, soll man da hergestellt. Gab es ja auch mal so Absagen, dass es doch nicht 22.05. kommt. Und dann wieder zurückgepeilt. Da wollen wir, dass wir, ja, zurückgepfiffen. Ja, okay, wir machen es doch. Anfang 22.05. ist jetzt so, ne. Müssen wir mal gucken, wann es kommt, wirklich kommt. Aber ich werde direkt am Start mit dem Game. Das war für Playstation erstmal. Ich bin da, wie gesagt, Kontroll-Legistiniker heißt, ich kann nicht so gut mit dem Controller umgehen. Als in der Tastatur. Aber gut. Das war es auch schon an dem. Ich habe gesagt, dass es nicht so viel ist. Ich wollte eigentlich diesen Monat kein Info-Video machen. Aber da jetzt Monster Vice noch dazu gekommen ist. Ähm, ja. Das müssen wir auch so machen. Gut. Ich habe auch schon ein bisschen vorbereitet. Oder was heißt ein bisschen? Ich habe schon alles vorbereitet auch für Gamescom. Aber dazu in einem anderen Video. Im August wird es wohl sein. Und ich würde sagen, wir sehen es dann im nächsten Info-Video. Das wird aber erst im Juni kommen, ne. Also im Juni. Wann war das? Das Datum kann ich euch noch erzählen. Am dritten, sechsten, kommt das nächste Info-Video. Äh, ja. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.